Ehm, ich möchte jetzt mal Jörg begrüßen, ich möchte euch ja einmal einen Applaus für euch. Applaus 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 Los! Geil! Ich steh Ben nun gar nicht. Ey, gut da. Schön, Backgang. Freut uns gar nicht auf. Ja. Und das geht nicht. Auf den Weg. Schön, Backgang. Schön, Backgang. Oh, mein Gott. Bevor jemand wegzweig ist. Gut! 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 Genau! So, ok! So! Und wir können jetzt mal gucken, was das sein kann. Es gibt in den Formen immer mannfaltige Anwendungsmöglichkeiten. Äh, das sind etwas schon ein bisschen. Einmal Handfesthalten. So. Die meisten Täter, das passiert hier besser, als ich mich schnell mache, so den Festhalten. Ich mache auch mal trocken, sonst hat er gesagt, ey, er hat sich eingewühlt. Kann man nicht was haben. Irgendwie sind bereit. Dann kommt der Partner in Sicht der Besitzung. So, das ist so, dass er nicht steckt. Dann können wir jetzt die nächsten Bedeutung machen. Dann können wir jetzt die nächsten Bedeutung machen. Noch ziehen. Wer sich besser kennt, leicht schlagen. Und das ist mal das Schöne. Selbstverteilen. Ich will fest nicht, ich will sagen, Hilfe, Hilfe. Mach los. Ich will fest nicht, ich will fest nicht. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt gehe ich noch mit diesem Spiel erklärt aus! Hier richtig ist meine Funktion! Hab ich eine Reaktion! Ich mach's mal im Kopf etwas langsam, damit ihr ihn wisst. Ich weiß Die Jungsp impression sind molecule alt! Hey, 50 kaputt, Kreuz kaputt, Kopf kaputt. Nur jemand berührt und... Nein, Spaß! Spaß haben! Drücken und schubbeln, beides gleichzeitig. Beides gleichzeitig. Sehr warm! ... 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 Wenn ihr euren Haaren habt, zurecht und zu linken, wer verliert, rüber. Und jetzt bin ich direkt wieder gegen mich und werdet ihr sehen, dass nur die Fahrt gerade laufen. Drei, Zwo, Zwei, 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 Zwei. So, Jungs. Darfst nicht hüften. Wenn ihr so tanzt, muss die Frau euch echt lieben. Leute, ferne Hüfte! Wenn ihr hüfte, 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 hüfte! Hüfte, hüfte! Locker! Herr Drehsache! Hüfte, füße! Hüfte, 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 hüfte! Moment, ich bin am Filmen. Keine Ahnung, ein Vorleschen ziehen. Ich hatte mich etwas am Blödsinn. Wir müssen reden. Steht doch da auf. Hä? Du hast die Schwiegermutter, wenn du leidest, ich war mit Recht. Danke. 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 Danke.